Berlin ist die Stadt der Politik, die Stadt der Entscheidungen, die Metropole Europas. Umso wichtiger ist es, einen genauen Überblick über politische Entwicklungen zu haben. Welche Debatten laufen, über welche Themen werden im Bundestag gesprochen, was bewegt Abgeordnete aus Berlin? Wir können nur warnen, wir können die Risiken ausweisen. In unserer Sendung aus dem Bundestag gehen wir der Sache auf den Grund. Da frage ich mich, ob das dann tatsächlich... Aus dem Bundestag. Jede Woche neu auf TV Berlin.